so ich bin wieder hier ich bin letzter folge unter diesem tunnel gegangen und habe hier so einen rohen diamanten gefunden und da gab es noch alarm weil man mich gesucht hat aber jetzt höre ich hier kein alarm mehr das heißt die suchen mich wohl nicht mehr weiter kommt noch jemand okay ich fördere dich am besten mal aus dem weg weil man weiß ja nie mehr wenn da noch mal einer vorbeigelaufen kommt kommt so dahin so ich gucke erst mal jetzt noch mal hier auf da noch irgendetwas ist metall ist das auch noch was schön okay ja mal mitnehmen was ich kriegen kann ich kann da oben hin und dann vielleicht von da etwas näher rankommen oder so gucken ich weiß es nicht ich soll ja einen befreien gut da war was eine schwarze karotten moment ist noch was so habe ich denn hier noch irgendwie eine falle die setzen kann oder so was wo ich denn bin ich habe ach das ist da hinten ich habe einen karton aber den brauche ich nicht da ist auch nix und hier ist auch nix nee na gut da wo ich runter da laufen zwei moment So, die nehmen wir auch noch mit. Okay, die scheinen wohl doch noch ein bisschen aufgeregt zu sein. Hm. Da dachte ich, sie suchen mich jetzt nicht, aber gut. Und der eine ist da unten. Der Typ ist da. Ähm. Hm, wer hat mich denn da jetzt gesehen? Der da. Ähm, bam 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 bam, bam 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 bam. So, dann müsste ich wohl jetzt hier, Moment, hier nehme ich nochmal mit dir, so. Zeichen, ach du heilige, da ist ja noch eine. Äh. Hm. Uhuhu. Ah. Äh. 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 In Ordnung. In der Sicherheit gibt es irgendwo einen hintereingang, aber ich versuch mal kurz hier vorne, also. Oh. Da habe ich doch welche gesehen. Ach komm, das geht doch da hoch, ey. Aha. Gut, ich gucke mal, ob ich jemanden hintereingang finden kann hier. Hm. Hm. Irgendwo muss das Ding doch noch ein Loch haben oder sowas. Hm. Ah. Tja. Hier geht's leider nicht. Dann versuche ich das mal hier. Hier. Ja, geht auch da hoch. Alter. Ist das doch nicht wahr. Ja. Ja. Geht auch da hoch. Hallo. Okay. Hey. Eine Pflanze. Die verpflanze. Ich. So. Hm. Wow. Äh. Ach, jetzt kommt auch noch der... Ey, das gibt's doch gar nicht, Mensch. Ah, jetzt kann ich hier nicht richtig gucken. Na, muss ich wieder warten. Ach. 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 Hm. Ja. Kannste ich jetzt nach. Das war's für heute. Oh ja. Gut. Was noch? Irgendwo jemand? Mit Sicherheit. Aber hier im Moment sehe ich jetzt keinen. Die suchen einen und suchen einen und wissen aber ja nicht, wo ich bin. Okay, dass ich zwei Sachen blinken, aber... Eins ist da drinnen. Und eins blinkt irgendwo hier hinten. Da. Gut. Dann werde ich mal hier runter. Ich versuche das dann so leise wie möglich zu machen. Ich will noch so eine Mini, die ich hier hinlegen kann, aber naja. So, ich mache hier den Stropen aus. So, wer kommt jetzt von euch? So, wer kommt da jetzt zwei an? Okay. Ja, mach das Ding wieder an. Da braucht doch nicht leuchten, aber siehst doch, dass da nichts ist. So, du, du, du. So. 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 Und ist sicher nicht hinzu. So. So. Und so blindness- wir haben schon gute работы und Ihr werkt. Allein. Die Tina wird. Wir Montag! Moment. Oja. Okay. Koniec связи. K.P., до своей десяти. Без оконченной поиски. Никто не обнаружен. Приём. Это K.P., понял. Оставайтесь на чеху. Koniec связи. Опа-ла. 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 Да ну и да, в порядке к Kleinrad. И да! Опа-ла. hallo da ist der wieder aufgewacht ok Oh, war denn jetzt mal die andere, was? Ja, komm doch her. Nö, ist klar. So, weg mit euch. So, weg mit euch. Bleibt doch einfach liegen, Mensch. Ja, Nebenmetall gefunden. Und da rein. Okay. So. Könnte ja keine Hilfe immer rufen. Ähm. Aber hier durch. Okay. Okay. So. 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 Wo war noch was? Ja, ja. Muss mal gucken. So. Hier ist es dunkel. Ja, haha. Ja, ich mach's. Hoppels auf Granada. Schnauze. Menschen. Volle Granada, Renade, Granade. Das ist ein Koffer. Das ist kein Koffer. Das ist ein Koffer. Ja, ja. Uh, das ist noch recht. Alter. Ja, einfaches Metall. Biologisches Metall. Treibstoff. Ja, super. Alter, hier ist ja viel. Ganzes Kofferlager hier. Nebenmetall. Nebenkristall. Metall. Ist das noch ein Koffer? Kofferlager. Oh, da wie weit weh. Hier gab's noch einiges. Hilfe, ich brauch... Ja, ja, ich komm doch gleich. Hier ist hier oben jemand. Da ist noch ein Koffer. Metall. Hallo? Sonst noch was hier? Moment, Moment, Moment. Hier oben kann ja auch noch was sein. Ähm, hier ist nur die Antenne. Hä, wir können ja so nicht mehr holen. Nee. Da ist noch ein Koffer, ne? Ja. Da ist noch ein Koffer. Ähm. Die ist nicht so hoch. Ich hab nen Koffer in Berlin. Da 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 da. Da 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 da. So, mitnehmen. Zack. Sonst noch was? Hm. So, geh nochmal runter. Äh. Moment, wo willst du denn? Ich nehm dich mal auf den Arm, ne? Das ist der Target. Was willst du denn? So. Ähm. Ähm. So. Gut. Dann, äh. Flieg mal schön nach Hause, ne? Was gut da hinten. Oder so. Ja. Ziel gesichert. Ich denke mal auf dem Landweg werde ich das verlassen. Ähm. Ich glaube nicht, dass es hier noch irgendetwas gibt. Aber kann ja trotzdem mal gucken. So, nochmal kurz gucken hier. Hier ist kein Koffer mehr. Okay. Hier ist auch kein Koffer mehr. Es glitzert auch nichts. Es glitzert auch nichts. Knauze. So. Gucken. Ist hier noch was? Wie es aussieht nicht. Es glitzert nichts. Auch nicht unter dem Bett. So. So. Da lag noch Mummi auf dem Boden. So. Gut. Ich denke mal, dass ich alles durch habe. Ähm. Dann hole ich mal mein Pferd. Hi. Wo kommst du denn her? So plötle. Äh. Plötle. Okay. So. Verlassen ist ja eigentlich egal. Welche Richtung. Gut. Ich reihe damit eher wohin. Warte, 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 warte mal. Ich könnte doch auch. Ich könnte doch auch. Äh. So. So. Ja. Äh. Häh. Lala. Verlasse ich das Gebiet diesmal mit dem Auto. Oh. Oh. Moment. Okay. Schafe. Schafe, schafe, schafe. Ähm. Mäh, wo mäh? Ach, da. Bam. Da. Höhöh. Äh, okay. Äh, nee. Schwere Fahrzeuge, ich kann ich noch nicht. Oh, im Moment ist noch einer. Ähm. Ich bin ja schneller. Hi. Oh. Ich fülle jetzt die Feinde ab, kein Problem. Hier gerettet. So, gesamte Spielzeit, 12 Stunden 39 Minuten oder so. So, weiter. Bam, bam, bam. Poin, ey. The engineer we rescued has been extremely cooperative. The guys on the R&D team are glad to have him aboard. Thing is, his specialty is in mechanics, but something called Bionics. Engineering based on biology. He's already submitted a proposal for modifying your prosthetic arm. If you're interested, go ahead and give the development order. Good. Sie können jetzt Armprothesen entwickeln. Okay. Ich will aber gerne die schweren Container tragen können. So, der hat eine Sprache Russisch. Okay. Und die anderen alle, muss ich mal gucken, wie ich die einsetzen kann. So. Jetzt wird gespeichert. Kontrollpunkt, alles klar. Ja. Genau. So, ich kann jetzt mit dem Wagen irgendwo hinfahren, ich kann ja mein Filz benutzen oder so. Äh, aber, ja. Ich parke am besten mal hier oben. So. Und dann mal gucken, was ich in die nächste Folge dann erreichen kann, machen kann und so weiter. Dann sage ich bis in die nächste Folge, mach's gut und bye bye. 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 Bye.